so damals das rezept das kommt gut damals rezept gut objektiv ist dann schon gekommen sieht doch ordentlich aus was er hier drin hat was er schon rausgeholt hat sieht doch ordentlich aus er macht das loch eigentlich dazu ach da kommen bloß zwei drei schichten direkt drüber oder geht das schon dort kommt unser turm drauf es ist schien Prozent Kuhn Kuhn Rettet sich durch schlecht aus das ist doch nicht schlecht aus und schon noch was inzwischen oder was meinst du das ist das ist wirklich schlecht aus wie es ist den bereits so wie schlecht wie es aussieht es ist wieder elektriselt ich weiß nicht mehr und erster Spitz hat alles verhaut nicht also vom Lager aus dem Keller geht das alles offen ganz oben ist noch schöner kommst du ganz so hat sie erledigt ich war oben ich bin mir das runtergefallen hast du Erde aber ich hab noch was für dein Abendbrust wieso hast du mein Zeug? weil ich da unten langklaufen wollte ich hab da gesagt du hast nie langklaufen weil ich Stromkabel hier offenlegen aber ich bin schon langklaufen hier oben liegt sie oben weil das ist irgendwie hier drunter ist Kabel irgendwie im Arsch muss man gucken das gibt's doch nicht der Mann mit der Ruhe ja ja ich mache doppelt isoliertes kommt das Holzer Welt der Städte kommt das Steiner nach weg ne eigentlich wollte ich dass das bleibt oder stört es wo haben wir allgemein drinnen wo man das weiß ich kann lassen und Strom bestimmt oder? ne gar nicht glaube ich oder? ja unten sind das welche glaube ich unten sind das welche glaube ich hast du dich hier nie verzählt irgendwie? oder soll das nach vorne kleiner sein? da ist noch 24 drinnen ist Absicht das ist das was ist das hier laufen die ganzen Pflastersteine fliegen herum da ist komisch Apparatur da ist ja heute komm mal irgendwas was du willst wir müssen Die ist ja auch voll. Die ist voll. Ich habe einfach noch eins tiefer. Wo denn? Okay. 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 raffinerie eisen haben wir da raffinerie eisen da ist ja raffinerie eisen ist das stahl nein die marie stahl ich brauche den platz offen weißt du wieder geht es der platz und nachschau oder wie bla 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 vorne vorne ist noch es sind dass die rechte wo bist du habt ihr gerade gesendet dass die einzigen oder haben wir noch irgendwo anders wie heißt auf deutsch ich weiß es nicht durch ich weiß nur dass er blast fern ist heißt die halle kohle kohle wie sieht denn der haus wirst du es wie ein blast fern ist also optisch jetzt tut mir leid weiß ich nicht weißt du wie das funktioniert wie man den baut meine ich natürlich wenn ich wüsste wie wieder aussieht versteht die da an der namen stecken doch das ist ja doof oder halt jetzt die eirene elektrik fern ist ja auch das heißt dass induktionsfornitsch alle fuhrens was war das leo leo fuhren fern ist blu elektrik von mitsch kohle ist allo fuhrens fuhrens schlecht und schritten von der städter Und dein was? Von der Zeit. Hör doch zu, Mensch. Ach, ihr seid doch alle Streber. So arm ist schon... Was kann man an diesem Plast machen? Ähm, Raffel, äh, Stahl. Stahl brauchen wir. Da guck ich doch bei Stahl nach, was man wieder hießt. Eigentlich ist das ne gute Idee, würde ich mal behaupten, wa? Stahl wie Stahl oder was? Äh, nehm ich mal an. Äh, Svenne. Ja? Stahl... Der, der, die Sendebox. Geht die, wo geht'n die im Haupthaus hin? Warte kurz. Na, weggehend tu ich eh nicht. Wird aber nie angezeigt, wie man denn herstellt. Wem? Na, dieses Stahl. Bloß, äh, aus, äh, da ist Steel Nuggets und ein Stahlbaum. Ja, und wie mach' ich die Steel Nuggets? Da kommst du wieder auf diesen Stahlbaum. Och, Mensch, Türk. Das hilft mir nicht. Hey, warte mal. Nee, das ist das Rezept. Ich werde von einer Ratte geschlagen. Hau zurück. Nein. Doch. Die Ratte.